Die Kurfix-Galaxie wurde von bösen Aliens infiltriert. Sie können nur von der Besatzung der Sternenpatrouille besiegt werden. Geführt von Kapitän Bomba! Position Sektor Keimzelle. Planet Arschritze 3. Mission Aufräumen. Verfick nochmal! Bitte töte mich nicht, ich flehe dich an! Okay, du Schwanz, aber nur unter einer Bedingung. Zeig mir ein paar Kunststücke! Kacke, was für Kunststücke? Was zum Fick denkst du denn? Weltraum-Kunststücke! Hat die 1-1-4 geschissen? Okay, scheiße, warte! Wie beschissen lang brauchst du? Eine Minute. Ach, scheiß drauf! Sehr gut, jetzt bist du an der Reihe! Zeig mir ein Weltraum-Kunststück! Oder du wirst genauso enden wie dieser dumme Schwanz! Okay, scheiße, ganz einfach, schau her! Verfickt, ciao! Beschissen! Kapitän Bomba!